Ich komme direkt nach Hause und bin eine der saubersten Energieformen, die es gibt. Fast die Hälfte meiner Kraft stammt aus erneuerbarer Energie, wie Biomasse oder Geothermie. Ich nütze industrielle Abwärme oder werde aus Müll produziert. Übrigens, Wärme aus Müll ist besonders effizient. Die Stadt wird nicht nur den Müll los, ich helfe auch dabei Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Ich bin sauber, sicher, zuverlässig und einfach bequem. Ich bin Fernwärme.